Schönen Sonntag, sage ich mal so in die Runde und schön, dass ihr alle mit dabei seid und euch Zeit nehmt für diesen Stream. Heute ist das Thema wieder eine kleine Reaction. Wir sind wieder im E-Zigaretten-Shop Libacco in Köln. Die machen immer gute Videos. Jetzt muss ich sagen, das heutige, ich hoffe es ist gut, ich habe zwei, drei Minuten reingeschaut. Dampfgeri hat mir das hier zukommen lassen, diesen Link. Carlos, Servus und guten Morgen. Dampfgeri hat mir einen Link geschickt und meinte, es könnte passend sein für diesen Kanal und das ist auch so. Also immer gerne her mit so Dingen, wenn ihr was findet rund ums Thema Dampfen, E-Zigarette allgemein und von mir aus auch rauchen. Je nachdem, einfach her damit. Ich schaue immer so dann ganz kurz da rein und denke mir halt dann, ja könnte passen, könnte nicht passen. Waren auch schon Sachen dabei, die unpassend oder, ja gestern habe ich auch etwas zugeschickt bekommen, was toll wäre, aber ich weiß, dass das gesperrt werden würde. ZDF Böhmermann hat ja auch ein Video oder einen Beitrag gemacht, den ich ehrlich gesagt noch nicht mal komplett durchgeschaut habe, auch nur so reingeschaut und dann überlegt, ob ich das tun soll. Neunchef, guten Morgen, Servus Christi. Aber ich dachte dann, wenn ich das mache, es wird so 100 Prozent. ZDF wird es nicht durchgehen lassen. Ja, dann ist es auch nur der halbe Spaß. Ja, also schaut euch das dann vielleicht einfach mal so selber an von Böhmermann und vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut. Ich habe noch keine Meinung, weil ich es noch nicht komplett gesehen habe. Heute aber, wie gesagt, schalten wir da jetzt mal rüber. Darum geht es, wie mich die Wissenschaft vom Dampfen überzeugte. Ist irgendwie gerade mal, ja drei Wochen steht ich da, drei Wochen alt, leider auch viel zu wenig Aufrufe noch. Ich sage es immer wieder, die verdienen hier deutlich mehr Aufrufe. Ja, und starten wir doch einfach gleich mal hier hinein und schauen, was uns hier erwartet. Wie immer bitte kurz Bescheid geben, ob der Ton hier laut genug ist und ob alles passt. Zuletzt kam wieder ein Kunde bei uns rein, der gesagt hat, naja, ob das jetzt wirklich so viel besser ist als zu rauchen. Das weiß man ja auch noch nicht. Man weiß ja noch gar nichts über E-Zigaretten. Und das ist falsch. Wir haben mittlerweile hunderte von Studien zum Thema Dampfen und deswegen wollen wir heute mal besprechen, was bei der Wissenschaft im Jahr 2024 zu E-Zigaretten schon bekannt ist. Was haben diese hunderten von Studien ergeben? Wie sieht es bei Versuchen an Zellen aus? Wie sieht es bei Versuchen an Tieren aus? Und vor allem klinische Studien am Menschen? Was sagen die Dampfer, die umgestiegen sind? Wie geht es denen gesundheitlich? Was ist mit Lungenkranken, die man begleitet und schaut, wie verändert sich die Lungenfunktion nach dem Umstieg? Und wie geht es Nichtrauchern, die anfangen zu dampfen? Das alles und noch ein bisschen mehr klären wir in dem Video. Also viel Spaß. Ja, also erst einmal der echte Bela. Guten Morgen und Philippe. Moin Robert, der Mann, weswegen ich arm bin. Sorry dafür. Und ja, ist laut genug. Schreibt, find ich gut. Ah, man musste zweimal hinschauen. Morgen und Servus. Grüß dich. Tatsächlich ist es ja so, ist minimal lauter als du. Können wir ein bisschen hier korrigieren. Mache ich mich einmal minimal lauter, vielleicht wird es dann noch stimmiger. Ich kenne es ja auch und jeder von uns kennt es wahrscheinlich. Dieses Leuten erklären müssen, wie gut oder schlecht und man weiß es ja noch nicht und so weiter. Also ich kenne das absolut. Ja, dass Menschen auch jetzt zu mir kommen. Das sind teilweise Kollegen. Also völlig Fremde kommen jetzt nicht zu mir, aber so Kollegen, die immer wieder halt und das meiste davon sind halt dann eher Raucher, immer das Gleiche sagen. Ja, man weiß ja noch nicht und wer weiß. Ich finde immer wieder spannend, dass Menschen, die sich ja offensichtlich Schaden zufügen, bewusst, jeder Raucher tut das. Ja, wir ja früher auch alle, dass genau die sich nicht hinterfragen, ob es nicht Zeit wäre, mit dem Rauchen aufzuhören, sondern anderen so dieses Halbwissen mitgeben. Ja, man weiß es ja noch nicht, ob das, was du tust, nicht schädlicher ist, als das, was ich tue. Schwierig, aber vielleicht war ich auch mal so. Vielleicht war ich in der Vergangenheit auch so. Also das ist jetzt kein Urteil, Fällen. Es wundert mich halt nur immer wieder. Ich habe das Dampfen 2011 angefangen. Ein Promo-Team am Flughafen in St. Petersburg hat mich angesprochen und ich war als Techie natürlich direkt angefixt und fasziniert von der Möglichkeit des elektronischen Rauchens. Und dann habe ich auch direkt recherchiert und wollte wissen, was ist das denn da eigentlich? Ist das denn jetzt wirklich besser? Und ich war eigentlich relativ schnell überzeugt, dass es natürlich substanziell besser ist, weil wir haben von den Flüssigkeiten her Propylenglykol und Glycerin und Wasser und ein paar Aromen und Nikotin. Und diese ganzen Stoffe sind halt viel unbedenklicher an sich schon. Also Glycerin und Propylenglykol machen ja den größten Teil aus. Das ist das, was man aus dem Theaterbühnennebel kennt. Und da habe ich bis jetzt auch wenig Kritik dran gehört, denn die sind weder toxisch noch krebserregend und dementsprechend auch deutlich harmloser als diese vielen toxischen und krebserregenden Substanzen im Zigarettenrauch wie Arsen, Blausäure und viele andere Aldehyde und was noch alles drin ist. Ja, vielleicht geht er noch darauf ein. Ich glaube, nur so ungefähr bis daher habe ich selber geschaut. Aber ich sehe es halt dann trotzdem kritischer, nämlich, aber wie gesagt, vielleicht kommt noch was. Ob ich jetzt Bühnennebel einatme, selbst als Schauspieler oder Musiker, wenn ich auf der Bühne stehe, oder mir das halt direkt hineinjage, die Konzentration ist selbstverständlich hier deutlich höher bei der E-Zigarette. Ja. Finischgut schreibt, ich glaube, das hat viel mit Verarschen von einem selbst zu tun. Also man möchte nicht aufhören mit dem Rauchen und sucht Ausreden, warum man nicht auf das weniger schädliche Dampfen umsteigt. Ja, möglich, aber einfach so dieses, ja, aber dann ganz ehrlich, dann sage ich es gar nicht, weil ich gehe ja nicht aktiv auf Raucher zu und möchte die jetzt belehren. Ja, das ist nicht mein Auftrag, das ist nicht mein Job, das interessiert mich auch nicht. Jeder soll tun, was er will. Aber die fühlen sich halt dann so berufen, irgendeine Meinung halt abzugeben. Und es ist ja Meinung und nicht Wissen, weil ich kann ja auch sagen, ganz ehrlich, ich sage ja nur, ja, es gibt Studien. Aber wenn du mich dann genauer nachfragst, ich habe diese Studien nicht auswendig gelernt, maximal einmal so durchgeschaut. Ja, bis auf die, die wir uns hier gemeinsam durchgeschaut haben, auch eher massiv überflogen. Also ins Detail könnte ich dann auch nicht gehen. Habe also auch dazu maximal eine Meinung und kein Wissen. Ja, das ist mir immer schwierig. In der relativen Aufnahme von Propylinglykohl und Glyzerin gab es schon seit den 40er Jahren Untersuchungen und verschiedene wissenschaftliche Veröffentlichungen, weil natürlich schon geschaut werden musste, wie geht es den Leuten, die täglich im Theaterbühnennebel oder in der Disco als DJ und natürlich dem ganzen Publikum in der Diskotheke oder im Theater. Und natürlich wollte man schauen, dass die nicht irgendwie einer unnötigen Gefahr ausgesetzt werden. Und dementsprechend musste man sich das natürlich auch anschauen. Also schon da gab es eine Datenlage zu diesen Grundsubstanzen der E-Zigarette, auch inhalativ. Es gab damals auch schon erste ganz gute Veranschaulichungen zu dem Thema, wo man dann Wattepads zum Beispiel bedampft hat oder ja oder beraucht. Und dann geschaut hat, okay, so ungefähr sieht das dann halt aus, wenn ich da eine bestimmte Anzahl an Zigaretten durchjage. Und wie sieht dann auf der anderen Seite die Watte aus, wenn ich das Gleiche... Das ist halt schon extrem ekelhaft. Das kennen wir alle, glaube ich, diese Videos gehen ja oder gingen ja auch immer wieder durch alle sozialen Medien. Also jetzt gehe ich mal davon aus, dass das hier auch die originale Videoaufnahme hier ist und nicht irgendwie ein Fake-Video. Es ist halt schon ekelhaft. Also auch ich habe ja null die ersten Jahre beim Rauchen darüber nachgedacht, was ich mir da wirklich hineinziehe. Natürlich, ja, du bist halt irgendwie Teenager und fangst mal an zu rauchen. Ja, da ist es völlig wurscht. Da hältst du dich sowieso für unsterblich. Und ganz, ganz klar, das ist eine ekelhafte Geschichte, die man sich da in die Lunge zieht. Später war es dann bei mir so, dass ich natürlich wusste, wie schädlich es ist. Alleine schon, weil in meiner Verwandtschaft Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben sind. Was relativ eindeutig darauf zurückzuführen war. Und trotzdem war noch immer kein komplettes Umdenken. Dann war ich so in dieser Kategorie, ja, ich weiß, das wird mir irgendwann umbringen, aber ich mache weiter. Ich weiß schon, dass die Sucht dahinter steckt, aber trotzdem, wie soll ich sagen, man sollte trotzdem eine gewisse Reife mitbringen, wenn man noch dann nicht mehr ganz so jung ist. Eben Philipp beschreibt auch, stimmt mit dem unsterblichen Vibe, ja, aber irgendwann bist du in einem Alter, wo du merkst, du bist nicht mehr unsterblich. Da kommen schon die ersten Symptome. Du denkst sogar, okay, das Husten in der Früh oder diese Kurzatmigkeit wird wohl vom Rauchen kommen. Und trotzdem ist die Sucht stärker und du kämpfst nicht dagegen an, außer halbherzige Aufhörversuche, ja. Carlos Cornel stimmt natürlich auch, ja. Plakativ aber leider nicht sagen, doch klare Flüssigkeiten können giftig sein, das ist ganz klar, aber das ist hier eindeutig nicht Kategorie, der Körper fragt danach, ja. Finishgut schreibt, ja, das kenne ich sehr gut, hatte diese Situation auch schon oft, wo ich dann sagte, dass es auf jeden Fall weniger schädlich ist und das ist bewiesen. Nur wie viel weniger schädlich? Da gibt es halt viele Faktoren, die das beeinflussen. Ja, ich hoffe, dass hier nicht diese 95 bis 98 Prozent jetzt hier betont werden, weil ich da, ja, das wissen vielleicht hier einige, das ist aber auch Meinung, aber trotzdem, ich kann es belegen oder ich kann es zumindest erklären, wie ich das meine. Ich bin halt nicht der Meinung, dass es 95 bis 98 Prozent weniger schädlich ist, denn immer so darauf ausgehend, worauf schaue ich? Mortalität, Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich glaube jetzt nicht zum Beispiel, dass es überall gleichmäßig 95 bis 98 Prozent weniger ist und da wäre für mich schon cool, eine Unterscheidung, ja. Wenn Leute ihre schwarze Watte weiter dampfen, ist es natürlich deutlich schädlicher, als wenn man oft Watte wechselt, geringere Aromen- und Nikotinkonzentrationen verwenden, sich keine Treuhits reinzieht und so weiter. Äh, ne, weiß ich nicht, denn hier muss ich aber auch ehrlich sagen, die geringere Aromen-Konzentration, also entweder ist das für die Lunge aushaltbar und für den Körper schädlich oder nicht. Ich weiß schon, die Menge macht das Gift, ist schon klar, glaube ich, was du meinst, aber wenn ich jetzt hier auf die Nikotinkonzentration gehe, ja, das ist auch keine klare Flüssigkeit, die ich da drinnen habe. Ja, und wenn man sich dann die Watte ansieht, ist es auch nicht hübsch, wobei ich gehe mal davon aus, vielleicht kommt das jetzt hier auch in irgendwelchen Studien, wäre cool, ich gehe mal davon aus, dass das, was an der Watte hängen bleibt, ich mir nicht hineinziehe und das auf meiner Lunge hängen bleibt. Also zahlreiche Lungenröntgen und Lungenuntersuchungen, die eher zeigen, also auch bei mir selber, nicht zahlreiche von mir, aber die ganzen Dampfer betreffend, haben mir schon gezeigt, dass es eine Besserung der Symptome gibt, wenn ich anfange zu dampfen im Vergleich zum Rauchen. Also somit sollte das unbestritten sein, ist es nicht, weiß ich, weil es gibt genug Gegner, aber selber spüre ich es auch und spürte, also auch heute spüre ich es nicht mehr, weil ich mich nicht mehr so erinnern kann, wie ging es mir eigentlich früher. Irgendwie vergisst der Mensch dann auch, was auch ganz gut ist vielleicht, aber jetzt ist es für mich ganz normal, dass ich wieder besser Luft bekomme. Also gehe ich mal davon aus, dass jetzt die Verfärbung hier mir weniger Schaden zufügt, als hier die Verfärbung hier. Du sprichst vor allem von Aromen mit Sucralose oder anderen noch unbekannten Stoffen in gewissen Aromen und so. Ja, unbekannte Stoffe hoffe ich nicht. Also hoffe ich. Ich weiß, es gibt tatsächlich, du kannst natürlich auch, hier in Europa würde ich mal sagen, ganz gut geregelt. Aber ich habe mal in die Finger bekommen, das war ein malaysisches Fertigliquid. Geschmacksrichtung war glaube ich damals so Daim oder so, also halt diese Nascherei. Und da stand halt auch auf Englisch einiges drauf und lustig war tatsächlich, also das würde bei uns niemals verkauft werden, da standen erstens mal die Angaben da drinnen mit circa, also circa diese Menge von dem, circa diese Menge und circa diese Menge von dem. Und dann stand tatsächlich dann aber auch da drauf, dass sie nicht alle Bestandteile des Liquids auf diese Verpackung schreiben. Sie haben das, so wie ich das verstanden habe, in ganz gutem Englisch zwar, aber den Sinn meine ich, die haben das dann so beschrieben, sie wollen nicht, dass man das kopieren kann. Sie haben Angst, dass es dann kopiert wird. In Wahrheit haben sie ganz klar drauf geschrieben, ja, wir sagen nicht alles, was da drinnen ist. Auch nicht die beste Idee. Ja, also ich habe es gekostet und schmeckte ehrlich gesagt eh scheiße. Aber ich bin schon froh, dass wir hier leben, wo wir hier leben und alles deklariert sein muss, was da drauf ist. Wie weit es überprüft wird, weiß ich nicht. Ja, kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Ja. Schwarze Watte und Torheit sind gefährlich, Osterfeuer und Kohlegrill sind romantisch. Ja, ich stelle mich aber auch nicht dorthin, direkt ins Feuer, aber auch ich weiß, was du meinst natürlich. Ja. Es gibt halt so viele verschiedene Stoffe, die für Aromen verwendet werden und die sind ja nicht alle gleich, aber in Europa wird das schon ein bisschen überprüft. Also ich hoffe wirklich, dass es gut überprüft wird. Bin aber nicht sicher. Es muss mal angegeben werden. Es muss deklariert werden, was da drinnen ist. Was jetzt wirklich gemacht wird mit diesen Angaben, glaube ich, das wissen wir alle nicht, oder? Eine E-Zigarette mache. Und auch das kann schon durchaus ziemlich überzeugend sein. Aber ich habe natürlich auch danach geschaut, ob es Studien gibt, die da mal ein bisschen das Risiko vergleichen zwischen Tabakzigaretten und E-Zigaretten. Und schon damals gab es einige Untersuchungen zum Thema Schadstoffbelastung. Also wie viel Schadstoff inhaliere ich mit einer Tabakzigarette und wie viel Schadstoff inhaliere ich mit einer E-Zigarette. Und da gibt es ganz unterschiedliche Studien mit verschiedenen Geräten und verschiedenen Liquids und so weiter, die man dann vergleicht. Aber immer und wirklich immer kommt das Gleiche raus. Bei ordnungsgemäßen Betrieb einer E-Zigarette, das heißt, ich habe Liquid im Tank und verbrenne mir nicht die Watte, dann kann ich natürlich hohe Schadstoffmengen messen. Ich habe eine normale Spannung eingestellt und nicht eine Spannung, die zehnfach über dem Leistungsbereich meines Verdampferkopfes liegt. Ganz normale, ordnungsgemäße E-Zigarette, kommt immer das Gleiche raus. Die Schadstoffmengen liegen in etwa bei einem Hundertstel, oft auch bei weniger. Bei einer Studie sind es dann ein Neuntel bis ein Vierhundertfünfzigstel, bei der nächsten Studie waren es dann nur ein Tausendfünfhundertstel und so sieht es eigentlich immer aus. Ja, und das reicht mir persönlich als Rechtfertigung mir selbst gegenüber, wieso ich dampfe. Ja, also ich brauche nicht diese Prozentzahlen von 90 oder fast 100 Prozent weniger Schädlichkeit. Mir reicht das hier, solche Fakten, wenn es wirklich zahlreiche Studien bewiesen haben, dass einfach die Schadstoffaufnahme des Körpers schon um ein so vielfaches geringer ist. Reicht mir persönlich aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch ausreicht. Offensichtlich ja. Aber ich verstehe auch, wenn Leute dann sagen, es ist ihnen aber immer noch zu viel. Sie möchten den Körper gar nicht mit irgendwas Inhalativem schädigen. Ja, die müssen halt dann komplett aufhören und mit viel Toi, Toi, Toi und mit viel Glück auch und Durchhaltekraft schaffen die es halt auch. Ja, ich habe es nicht geschafft. Also ich wäre wahrscheinlich ohne dem Dampfen heute immer noch Raucher immer mit dem Wissen, was ich vorher selber gesagt habe, dass mir das Ding irgendwann umbringen wird. Ja. Und mal zehn verschiedene Geräte und Liquids miteinander verglichen, beziehungsweise dann auch mit der Tabakzigarette. Und wir sehen hier auch, also bei Acetaldehyd, so Werte wie 0,15. Selbst der höchste Wert mit 63,1 ist immer noch 20-fach unter dem Wert von der Tabakzigarette. Finde ich gut. Also ich glaube nicht, dass ich dich falsch verstanden habe. Und ganz ehrlich, also du bist der Meinung, dass etwas höhere Aromenkonzentrationen nicht so mega schlimm wären und du dampfst selber noch Sucralose in manchen Liquids. Also ich bin der Wenige, der am wenigsten hier Verurteilende oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich gemeint, ich achte nicht mal mehr. Ich achte nicht mal mehr, was auch vielleicht nicht klug ist. Ja, aber ich achte nicht mal mehr darauf, ob Sucralose wo drinnen ist oder nicht, wenn ich irgendwo ein Liquid herbekomme. Nicht der richtige Weg wahrscheinlich, aber ja, so ehrlich möchte ich halt auch sein. Ja, ich schaue nicht mehr drauf. Wir leisten eher im Bereich von einem Hundertstel und hier bei Acrolein sogar bei einem Sechstausendstel. Also wirklich nur noch Spuren von dem, was wir im Tabakrauch haben. Und natürlich kommt es auch ein bisschen auf das Gerät und auf das Liquid an, aber an die Schadstoffbelastung von der Tabakzigarette kommt man bei weitem nicht ran. Ja gut, jetzt haben wir also viel weniger Schadstoffe und dann wird von E-Zigaretten-Gegnern gern gesagt, naja, dafür gibt es keine Mindestmengen. Schadstoff ist Schadstoff und ist immer schlimm. Okay, also schaut man mal, wie reagieren eigentlich Zellen jetzt auf diesen bösen Dampf? Ja, jetzt auch ohne diese Studie jetzt schon mal hier vorher gesehen zu haben, aber das ist natürlich Unsinn, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, es ist auf jeden Fall immer gleich schlimm, egal welche Konzentration. Also das ist wieder, wie vorher, die Menge macht das Gift. Also kann es natürlich nicht sein. Er macht es aber natürlich, sage ich ja immer wieder, nicht komplett unschädlich. Aber ich glaube, das behauptet auch niemand. Ich habe jetzt mal eine Studie rausgesucht, bei der auf verschiedene Effekte getestet wurde und immer direkt verglichen wurde, weil das ist immer wichtig, dass man auch den Vergleich zur Tabakzigarette zieht. Wie reagieren die Zellen dann bei Tabakzigaretten und wie beim Dampf? Und zum Beispiel beim Zytotoxizitätstest wird geprüft, wie viele Zellen überleben, wenn sie in Kontakt mit dem Dampf oder mit dem Rauch kommen. Und wenn wir das hier vergleichen, man sieht hier die oberen Linien, das ist der Dampf, also die Liquids. Und da wird sogar ein wenig Wachstum angeregt, während bei Zigarettenrauch schnell alle Zellen sterben. Als nächstes haben wir den Mutagenitätstest. Der Test prüft, ob eine Substanz das Erbgut so verändern kann, dass Mutationen und damit halt auch Krebszellen entstehen können. Links sehen wir die Tabakzigaretten, rechts die E-Liquids. Und man denkt jetzt im ersten Moment, ja, das wäre ja gar kein so großer Unterschied. Aber hier ist die Skala unterbrochen. Das heißt, die Tabakzigaretten liegen alle zwischen 500 bis 1800 und die Liquids zwischen 0 und 1. Das heißt, der Effekt ist wieder 1000 Mal heftiger bei den Tabakzigaretten. Also ein Riesen. Das ist aussagekräftig, oder? Also gute Studien müssen natürlich auch reproduzierbar sein. Reicht eben nicht und das sagen wir ja auch immer wieder. Also wenn jetzt eine Studie rauskommt, nur als Beispiel, die jetzt eben beweist, genau das, was er jetzt sagt, so diese Fakten, ob das jetzt zytotoxisch ist oder eben krebserregend sein kann. Und wenn eine Studie jetzt beweist, dass Dampfen um so und so viel weniger Krebsrisiko hervorbringt, ist es leider auch mir nicht genug. Studien muss man reproduzieren können. Es muss also in jeder Studie dann das Gleiche rauskommen, wenn ich es nach der gleichen Methode untersuche. Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Weil dann kann man natürlich auch dem Vorschau leisten, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, das wurde ja bezahlt. Ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die Studien nicht trauen. Und bei mir kommt es halt auch darauf an, wenn ich einer Studie traue, wer macht denn diese Studie? Ja, ganz gut in diesem Video, jetzt hier darunter im Originalvideo, sind alle Quellen verlinkt. Also bitte, wenn das interessiert und das finde ich dann auch immer sehr wichtig, ja. Wenn ich, also ich nehme das jetzt so als Querverweis, ich verlinke es jetzt hier nicht bei mir noch extra. Es ist alles unter dem Originalvideo verlinkt. Selbstverständlich, es sind internationale Studien. Selbst nationale werden auf Englisch, fast alle, auf Englisch. Aber ist, glaube ich, kein Problem, es heutzutage entweder A zu verstehen oder, ja, sich übersetzen zu lassen. Einfach im Internet, kein Problem. Und da muss ich wirklich sagen, das ist natürlich auch für mich qualitativ gut an diesem Video, dass man das nicht nur behauptet, sondern eben auch versucht zu belegen, ja. So, dann haben wir noch den Genotoxizitätstest, wo geschaut wird, ob das Erbgut beschädigt wird. Und wir sehen hier halt auch, bei E-Zigarettenliquids bleiben die auch bei sehr hoher Dosierung nahezu unverändert, während sie bei Tabakzigarettenrauch sofort nach oben schießen und auf über 200% gehen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Rauch das Erbgut zu schädigen scheint. Und wir wissen ja auch, dass es so ist. Und der letzte Test, auch ganz interessant, nämlich so ein Entzündungstest, wo geschaut wird, ob entzündliche Reaktionen hervorgerufen werden. Bei Liquids deutet es bei niedriger Konzentration eher auf einem entzündungshemmenden Effekt hin. Bei höherer Dosis, so ab 1, ist man dann wieder so um den Normalwert. Aber bei Tabakzigaretten hat man halt schon bei sehr niedriger Dosis einen sehr starken entzündungsfördernden Effekt. Ja, also auch wieder ein richtig großer Unterschied. So, Studien an Tieren klammern wir jetzt mal aus, weil es ist immer das Problem bei diesen Tierversuchen. Das wird gerne mit Nagetieren gemacht und gerne mit Nikotin. Und wie Prof. Dr. Bernd Mayer, Toxikologe von der Uni Graz, uns mal schön erklärt hat, vertragen Nagetiere einfach kein Nikotin. Das geht sehr oft gut. Viele dieser Versuche sind gut auf den Menschen übertragbar, aber leider nicht im Fall von Nikotin. Und das ist ein wesentliches Problem der präklinischen Nikotinforschung. In Tierversuchen wurden viele Effekte von Nikotin beobachtet, die im Menschen schlichtweg nicht beobachtet werden und nicht auftreten. Und deswegen ist es auch... Da merke ich auch selber wieder, wie vergesslich ich selbst bin. Ich habe das Video hier von Bernd Mayer auch schon gesehen. Aber dieser Inhalt zum Beispiel ist mir komplett wieder entfallen. Keine Ahnung, ob ihr das Video kennt, bitte auch unbedingt anschauen. Gibt es immer noch online. Ich bin halt auch so ein Konsument. Ich schaue mir das hier an, aber das... Ja, wie viel davon bleibt denn leider wirklich im Kopf? Und das ist es auch. Jetzt sehe ich diese Fakten. Kannst du mir auch mit den Quellen anschauen. Aber wenn ich es nicht lerne, wenn ich das nicht wirklich lerne und in zwei Monaten fragt mich irgendwer, das meiste davon ist wieder weggekommen, kann wieder nur sagen, ja, ich weiß, es gibt Studien. Es ist halt dann immer so ein bisschen schade. Unsinn dazu, Versuche zu machen. Aber wichtig ist ja, wie geht es denn den Menschen? Was sagen die Leute denn, die umsteigen? Haben die gesundheitliche Probleme nach dem Umstieg oder geht es ihnen besser? Und eine der größten Umfragen dazu, wo 19.000 Dampfer, also Umsteiger, die auf die E-Zigarette umgestiegen sind, weltweit befragt wurden, kamen da zu einem sehr eindeutigen Ergebnis. Die Nebenwirkungen sind gering und die gesundheitlichen Vorteile erheblich, insbesondere für diejenigen, die das Rauchen vollständig durch E-Zigaretten ersetzen. Gibt es hier... Also unvorteilhaft, dass wir jetzt hier nicht stehen. Ja, ein bisschen besser. Gibt es irgendjemanden hier in der Runde, der keinen positiven Effekt verspürt hat nach dem Umsteigen von der Tabak-Zigarette auf die E-Zigarette? Würde mich auch mal interessieren, weil wir reden immer davon, ja, also ich habe einen positiven Effekt erlebt und was mich noch eher bestätigt hat, ich weiß halt nicht, auch mit diesem Hintergrundwissen, dass es eben deutlich weniger schädlich ist, wenn ich aber gesundheitlich da jetzt gar keine Vorteile daraus hätte ziehen können, ob ich dann dabei geblieben wäre. Weiß ich nicht. Es war für mich dann natürlich schon wichtig, diesen Effekt auch wahrzunehmen, noch besser, um es von mir selber auch dann zu rechtfertigen, dass das der richtige Weg ist. Also gibt es hier irgendjemanden, der sagt, er hat keine Veränderung nach längerer Zeit, ja, theoretisch könnte jetzt hier jemand auch zusehen, der erst seit einer Woche dampft, ja, da wirst du noch nichts merken. Aber nach ein paar Monaten war es mal so, dass ich schon mal was wahrgenommen habe und bei mir hieß wahrnehmen, ich wohne im zweiten Stock ohne Lift, dass ich schon mal lockerer die Treppen hochgekommen bin und das nach einigen Monaten. Hat aber trotzdem bei mir ein paar Monate gedauert, also das war jetzt nicht so nach dem Umstieg, dass ich hier raufgejoggt wäre und oben gedacht hätte, jetzt möchte ich noch ein paar Sportübungen machen. Habe ich heute auch noch nicht. Aber es ist so, Kleinigkeiten nehme ich wahr und das finde ich gut, ja. Finischgut schreibt, ich habe eine deutliche Verbesserung gespürt. Carlos Cornil, klar, positiv, der echte Peeler. Meine Schwägerin war, ist starke Raucherin und jetzt seit zwei Wochen komplett abstinent. Habe sie dazu beglückwünscht und ihr nahegelegt, lieber zur Web zu greifen. Falls sie rückfällig werden sollte, ist natürlich ein guter, guter Tipp. Ich auch und muss dazu sagen, ich habe Asthma. Ja, ich habe allergisches Asthma. Ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar, nur halt in der Allergiesaison von mir spürbar. Wie gesagt, nicht vergleichbar mit einem schweren, wirklichen Asthmatiker. Aber trotzdem auch, ich merke und ich kann ja nicht belegen, dass es damit zusammenhängt, aber in der Pollensaison habe ich weniger Probleme, mittlerweile schon seit ein paar Jahren. Und das ist halt jetzt. Hat das mit dem Dampfen zu tun? Weiß ich nicht. Hat das damit zu tun, dass ich eben davor, wie es gerade hier gesagt wurde, auch die Entzündungsprozesse im Körper eher angeregt werden durchs Rauchen und so weiter, hängt zusammen? Hat es damit zu tun, dass mein Abwehrsystem sich irgendwie verändert hat? Oder wird einfach die Allergie im Alter leichter? Unabhängig davon, ob ich Rauch oder Dampf, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur wirklich erinnern, dass ich keine Luft bekommen habe und es mir richtig, richtig schlecht ging in der Pollenallergie-Saison. So, ist jetzt weniger. No idea. Keine Ahnung, ob das mit dem Dampfen zusammenhängt. Es würde zeitlich sich aber ausgehen, dass eben seitdem ich auch schon längere Zeit dann dampfe, dass es dann besser geworden ist. Müssten wir mal schauen, ob da ein Zusammenhang, aber mir fällt es nur jetzt gerade hier auf. Das geht halt nicht alles auf einmal. Nach ein paar Tagen merkt man schon kleinere Unterschiede, nach ein paar Wochen dann schon mehr und so weiter. Also, ich glaube auch, weil ich ja erwartet hatte, dass es besser wird, dass ich mir ganz am Anfang auch ein bisschen eingeredet habe, dass es besser wird. Ein bisschen so Placebo-Effekt-mäßig. Nur mittlerweile, es ist ja auch schon, ich habe jetzt schon lange keine Lungenfunktion mehr gemacht, weil ich keine Probleme jetzt mehr erkenne und somit mache ich keine. Aber es wurde schon wirklich belegt, vor Jahren in der Lungenfunktion, dass deutlich besser geworden ist. Wenn ich am Tag viel gedampft habe, merke ich das aber auch, ja, das kommt bei mir ein bisschen darauf an, was ich für ein Propylen-Kylkohl verwende. Also, ich merke, dass ich reagiere, wenn ich a, viel dampfe und ich sage mal ein für mich falsches Propylen-Kylkohl von einem falschen Hersteller, den ich jetzt hier nicht nennen werde, hernehme, dass ich dann darauf reagiere. Jetzt kann man sagen, Moment, Propylen-Kylkohl ist immer Propylen-Kylkohl. Das mag stimmen, aber nicht die Verpackung. Also, ich kenne das auch aus der Arbeit. Wir haben zum Beispiel Patienten, die auf ganz bestimmte Materialien reagieren. Mache ich die gleiche Behandlung mit dem gleichen Schlauchsystem, nehmt das jetzt einfach mal so hin. Einer anderen Firma reagieren die nicht, obwohl genau das Gleiche passiert. Du hast Weichmacher, du hast verschiedene Desinfektionsverfahren oder Sterilisationsverfahren und da können auch Rückstände in den Verpackungseinheiten zurückbleiben, die etwas auslösen können, bis hin zu allergischen Reaktionen. Die habe ich jetzt nicht, aber nehme ich jetzt von einer Firma, keine Ahnung, wo die jetzt ihre Verpackung her hat, die Flasche her hat, ich nehme mal an, es liegt auch daran, sorry, dann habe ich auch, wenn ich viel dampfe, auch so ein bisschen so enge, so wie wenn ich früher viel geraucht hätte. Aber wie gesagt, fällt mir nur bei einem einzigen Hersteller auf und ich habe es mal nicht glauben können, habe deswegen das dann nochmal ausprobiert und bei jedem Liquid, das mit dieser Base, mit diesem Propylen-Kylkohl aus dieser Base gemischt wurde, hatte ich das. Ob ihr das auch beobachtet habt, weiß ich nicht, aber kann ich auch nachvollziehen, dass man es immer noch merkt. Das natürlich bestätigen, also viele berichten schon in den ersten Wochen davon, dass sie wieder besser Luft kriegen und wir haben uns dann auch mal einen Lungenfunktionstest besorgt, sodass die Leute das auch selber tracken können und das so ein bisschen als Motivation nutzen können und sehen können, wie sie wieder besser Luft kriegen und wie die Lunge wieder besser funktioniert. Den Laden haben wir übrigens 2016 aufgemacht, da war ich natürlich schon längst überzeugt, 2011 habe ich angefangen, 2016 haben wir einen Laden aufgemacht, nur hatten wir dann auch erste COPD-Patienten, also Lungenkranke, die zu uns kamen und klar, die wurden vom Arzt geschickt, deswegen musste ich da jetzt keine großen Gewissensbisse haben, weil wir haben die Uniklinik nebenan und da haben die die einfach rüber zu uns geschickt. Das wird so nebenbei da erwähnt, das hat der schon mal erwähnt in einem Video und das finde ich, maximal großartig. Du hast eine Uniklinik in der Nähe, die wirklich zumindest einige Mitarbeiter, ob das jetzt Ärzte selber sind oder Pflegepersonen, weiß ich nicht natürlich, die die COPD-kranken Patienten darauf hinweist, ja schau doch mal hier in diesen Webshop. Also es geht jetzt nicht um in diesen Webshop, es geht darum in einen Webshop und lass dich da mal beraten. Ja, tut das hier ein bisschen zu sehr ab, dieses Thema. Ich finde das groß, dieses Thema, weil ich kenne mittlerweile schon einige dampfende Ärzte und trotzdem, die selben, die dampfen, stehen jetzt nicht vor dem Patienten und sagen aber, ja, geh doch mal in den Webshop, steig doch mal um auf eine E-Zigarette. Schwierig, weil ich auch nicht verstehe, gut, wir sind wirklich so in einem Schulmedizinbetrieb, da gibt es nur die Schulmedizinlinie, darauf ist man halt irgendwie so hingedrillt, aber dass man da in eine andere Richtung denkt, finde ich von dieser Uniklinik großartig. Trotzdem froh, als dann 2017 die erste Studie zu COPD-Patienten rauskam, wo man verglichen hat, okay, wie geht es COPD-Kranken, die auf die E-Zigarette umsteigen. Und das hat man über fünf Jahre sogar beobachtet. Und bei denen, die weiter geraucht haben, verschlechterte sich die Lungenfunktion deutlich. Und bei den Dampfern, also die umgestiegen sind, da ist die um 13% nach oben gegangen. Und natürlich sollte Lungenkranke und generell, das ist natürlich immer am besten, nur frische Bergluft zu inhalieren. Aber für viele und auch für viele kranke Menschen ist das einfach keine Option. Und denen sollte dann schon klar gemacht werden, meiner Meinung nach, dass das das deutlich, deutlich kleinere Übel ist. Und in weiteren Studien hat man dann auch bei gesunden, Ich möchte aber schon da jetzt ergänzen, das ist jetzt, Achtung, wieder Meinung. Wenn ich COPD-Krank bin, also wer es nicht so gut kennt, also chronisch obstruktive Pulmonaldisease, also chronische Lungenerkrankung, die wird nicht mehr gut. Also heilbar ist diese Krankheit nicht. Symptome können sich aber verbessern. Im anderen Idealfall, will ich mal sagen, stagnieren. Das heißt, es wird nicht mehr schlechter, wenn du ganz am Anfang bist. Und es gibt schon ganz gute Therapien halt auch. Aber das ist halt schon so eine schwere Lungenerkrankung. Da würde ich persönlich auch abraten, noch zu dampfen. Ich weiß, dass auch hier in der Runde vielleicht jemand ist, der COPD hat. Ich hatte mal Verdacht auf COPD, was dann aber dann zum Glück sich eben als dieses allergische Asthma herausgestellt hat. Also ich würde persönlich sagen, hast du schon mal COPD weg von allem außer Waldluft? Ja, dass das aber deswegen bei diesen Personen ja nicht leichter wird, wegzukommen von der Tabaksucht, ist mir bewusst. Aber da würde ich die E-Zigarette als Ausstiegshilfe nehmen, um danach auch das sein zu lassen. Aber das ist nur ein persönlicher Tipp. Jeder, wie gesagt, macht, was ihr wollt. Aber das ist jetzt von meinem medizinischen Verständnis her, gerade je jünger ich bin, also umso mehr Lebenserwartung ich noch vor mir habe, wenn du irgendwie so mal, und es gibt ja auch schon Patienten, die haben irgendwie mit 20 oder von mir aus Anfang 30 beginnende COPD. Und wenn du dann noch so 30, 40, 50 Jahre vor dir hast, es wird nicht besser. Also diese, oder besser, die Symptome werden vielleicht besser, aber die Erkrankung geht nicht mehr weg, sie ist nicht heilbar. Und da rate ich definitiv weg von allem, was nicht normale Luft ist. Wir hatten dann mal geschaut, wie sind eigentlich die akuten Effekte? Was tut sich, wenn ich eine Tabakzigarette rauche im Körper? Und was tut sich im Blut, wenn ich eine E-Zigarette dampfe? Ja, da hat man halt auch gesehen, dass die Blutwerte von denen, die geraucht haben, sich deutlich verschlechtert haben, also Leukozyten, Lymphozyten, Granulozyten, ist alles nach oben gegangen. Und bei Dampfern blieb es unverändert. Und das, fand ich, war dann auch schon mal eine ganz schöne Erkenntnis, also auch in Bezug auf das Immunsystem, weil man weiß ja, das Rauchen das Immunsystem schädigt. Und wir sehen hier keinen Effekt beim Dampfen, zumindest nach dieser Studie. Ich muss jetzt, sorry für das wieder anhalten, aber ich muss jetzt hier eingehen auf die Nachricht hier von Günther S. Hat der als Raucher unter 50 Prozent, jetzt über 70 Prozent, also Lungenfunktion nehme ich mal stark an. Und somit, das ist halt schon Hammer. Also gratuliere erstens mal jetzt für die über 70 Prozent. Meine Schlechterste war so 73, 75. Und das war in der Raucherzeit. Und das war schon, das war für mich maximal wahrnehmbar. Und da fühlte ich mich so kurzatmig. Also für dich ist das ja jetzt schon der große Erfolg. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann ist, unter 50 Prozent zu haben. Also ich war im Alltag schon eingeschränkt bei diesen über 70, ja. Auch wenn ich natürlich niemals einem Nichtraucher raten würde, das Dampfen anzufangen, fand ich es doch sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn man Menschen begleitet, die vorher nicht geraucht haben und die dann aber mit dem Dampfen anfangen. Und da gibt es eine schöne Studie, die das beobachtet hat für dreieinhalb Jahre. Und auch nach den dreieinhalb Jahren Dampfen, also wo Nichtraucher angefangen haben zu dampfen, gab es keine Verschlechterung der Blutwerte oder der Lungenfunktion über den beobachteten Zeitraum. Dann gibt es natürlich auch Studien zu dem Thema, ob die E-Zigarette überhaupt als Rauchentwöhnungsmittel taugt oder ob das gar nichts bringt und die Leute trotzdem weiter rauchen. Und natürlich muss ich den meisten von euch dazu gar nichts mehr sagen, denn ihr habt es am eigenen Leib erfahren, dass es sehr gut funktionieren kann oder wahrscheinlich viele von euch zumindest. Und es ist trotzdem schön, wenn mit der Cochrane Library die seriöseste Instanz für Meta-Analysen, also die viele Studien immer analysiert und schaut, was dran ist und das Ganze dann zusammenfasst. Und schön, wenn so eine Instanz das dann auch bestätigt. Ja, aber auch in einer sehr aktuellen Studie aus Frankfurt kamen die Forscher zu einem ähnlichen Ergebnis, eigentlich sogar noch deutlicher und auch sehr schön, weil da verschiedene Rauchstopphilfen oder auch verschiedene Nikotinersatzprodukte mit der E-Zigarette verglichen wurden und die E-Zigarette schnitt hier extrem gut ab. Also sie war den Nikotinersatzprodukten deutlich überlegen, auch vor allem, was die Leute darüber dachten, wie hilfreich sie das empfanden und wie zielführend und wie erfolgreich sie damit waren. Trotzdem. Wir haben uns diese Studie, ich glaube es war diese Studie, aber wir haben uns auf jeden Fall so eine Studie ja schon gemeinsam hier mal angesehen, bei 45 das Magazin. Und da war natürlich auch interessant, dann auch so noch anzusehen, wie viele Leute am Ende dieser Studie, also dieses Studienzeitraums, komplett weg waren von allem, wie viele dann so hängen geblieben sind auf Nikotin frei oder Nikotin haltig und wie viele wieder rückfällig wurden und wieder geraucht haben. Und das war ja dann gegenübergestellt, wenn ihr euch dann vielleicht erinnert werdet und dabei war oder das Video dann gesehen hat, Sprays, Pflaster, Kaugummis, Hypnose, Tabletten und wirklich die stärkste Waffe gegen das Rauchen war in dem Fall die E-Zigarette. Es haben dann tatsächlich doch eine nicht unbeträchtliche Prozentszahl von diesen ganzen Studienteilnehmern dann überhaupt auch dann geschafft, alles wegzulassen, also auch die E-Zigarette. Ob das deren Ziel am Anfang war, das weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall wurde es dann dazu. Ja, dann war halt dann die Studie aus. Jetzt wäre aber auch interessant, da nochmal so einen Nachfasstag irgendwie so zu machen und so drei Jahre, fünf Jahre später nochmal diese Personen dann zu finden, die halt dann noch greifbar sind, fände ich super und dann nochmal schaut, wie ist es jetzt? Immer noch Dampfer, hat sich was mit dem Nikotiengehalt vielleicht geändert, weil der hat sich bei mir auch jetzt verändert im Laufe der Jahre, mal mehr, mal weniger und ob viele komplett weg sind von allem, die einfach dann auch aufgehört haben zu dampfen. Ist von einigen, die ich persönlich auch kenne, auch das erklärte Ziel. Die nehmen wirklich die E-Zigarette als Umstiegshilfe oder als Umstiegsprodukt, um dann komplett wegzukommen, auch vom Inhalieren, vom Dampf. Muss man dazu sagen, also viele reduzieren ihren Zigarettenkonsum nur, kommen aber nicht vollständig davon weg. Manche wollen auch gar nicht davon weg und das ist ja auch vollkommen okay. Jeder macht das, was er mag. Aber es ist tatsächlich so, das wollen wir hier auch nicht verschweigen, dass 78% aller Dampfer weiterhin Tabakzigaretten rauchen. Und falls du auch noch damit Probleme haben solltest, dafür haben wir nochmal ein spezielles Video gemacht, was den Leuten dabei helfen soll, die letzten Zigaretten auch noch wegzubekommen. Falls dich das interessiert, guck auf jeden Fall das entsprechende Video. Wir verlinken es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Zwei Sachen kurz gesagt. Dual User schneiden in den Studien eigentlich immer relativ schlecht ab. Kurzfassung, aber schaut trotzdem auf das Video. Und OnePit schreibt, ich kenne eine Frau, die hat COPD, raucht, läuft auch immer mit einem Sauerstofffläschchen rum, bei der kommt öfter der Notfallwagen. Schaut ich. Ich arbeite im Krankenhaus. Schaut, wer da draußen rumsteht und raucht. Interessant, es gibt, oder gab auch in Wien noch so lange, so Pavillon-Systeme in einem bestimmten Krankenhaus. Da war halt ein Pavillon komplett die Pulmologie. Also das war immer ein Hochrisiko, da vorbeizugehen oder vorbeizufahren. So viele Rauchende mit Sauerstoffflaschen, ja, da sind wir aber bei vielen, die dann dort rumstehen, auch schon bei der Kategorie, wäre schon egal. So wirklich in den letzten Atemzügen offensichtlich, wenn du sie dann so siehst. und das teilweise mit Patienten, die weit über 80 optisch jetzt mal so sind, weil man, okay, der wird jetzt nicht mehr aufhören. Ja, das wirst du nicht mehr schaffen und selbst wenn, wie weit verlängert das jetzt noch das Leben? Allerdings natürlich bei allen jüngeren Patienten und im Krankenhaus reden wir bitte schön nicht von 20-Jährigen, wenn ich von jungen Patienten rede. Die sollten logischerweise nicht mit Sauerstoffflasche rumrennen und rauchen, nicht nur wegen der Explosionsgefahr. Aber kannst du halt nicht rauskriegen dann aus manchen, ja? Die Frage nach der Abhängigkeit und da gibt es auch Untersuchungen, die schauen, wie ist das Abhängigkeitspotenzial von E-Zigaretten? Und es ist auch schön, dass ihr zu dem Schluss kommt, es liegt auch auf der Hand, weil wir haben einfach in Tabakzigaretten einige Zusatzstoffe, die das Ganze halt noch suchterregender machen und die fehlen jetzt bei der E-Zigarette. Und dementsprechend fällt es manchen schwer, umzusteigen, weil sie einfach noch an diesen anderen Zusatzstoffen hängen. Und deswegen ist es für manche problematisch, aber der Vorteil ist halt, wenn man den Umstieg mal komplett geschafft hat, dann kommt man auch in den Genuss von, ja, weniger, von der geringeren Abhängigkeit. Man ist weniger getrieben von der Sucht und es wird ein Stück weit mehr Genussmittel als Suchtmittel. Es ist ja immer ein bisschen beides und, ja, je weniger Sucht, desto mehr steht die Genusskomponente im Vordergrund. Kann ich jetzt von mir gar nicht testen oder bestätigen, weil ich es ja permanent mache. Also, wie weit bin ich jetzt süchtig nach der E-Zigarette? Ich bin definitiv süchtig nach der E-Zigarette. Die Frage ist nur, ob hier oder ob der Körper will. Das meiste ist immer im Kopf. Das Körperliche wäre recht rasch erledigt. Aber ich dampfe ja permanent. Ja, also, es vergeht ja keine Stunde am Tag, wo ich nicht dampfe, außer wenn ich im Kino sitze oder im Flugzeug oder so, aber mache ich ja nicht. Also, das mache ich schon, aber im normalen Fall dampfe ich. Und beim Rauchen war es dann doch so, dass ich mich dann eher auf die Rauchpausen versteift habe und dann immer wieder zwischendurch halt nicht geraucht habe, auch zu Hause und halt dann immer so, zu gewissen, keine Ahnung, nicht nach der Uhr gehend, aber okay, die Arbeit ist jetzt erledigt, der Teil, jetzt gehen wir eine rauchen. Das Video hier ist geschnitten, danach belohne ich mich mit einer Zigarette. Ich war jetzt gar nicht so häufig derjenige, der während irgendwas tun zu Hause permanent geraucht hat. Jetzt allerdings möchte ich schon sagen, doch, also jetzt ist es, ist es so. Ja, jetzt dampfe ich eigentlich immer und auch im Auto, also wenn ich jetzt längere Strecken gefahren bin, ich habe nie im Auto geraucht, das stimmt nicht, das ist ganz junger, ja, letzten 30 Jahre oder, naja, letzten 20, 25 Jahre nicht mehr und dampfen ist es mir ja wurscht, da dampfe ich halt einfach, ja, ist so, ja. Michael schreibt, 30 Jahre geraucht, jetzt vier Jahre Dampfer, jungen Funktionstest waren vor einem Jahr top, gratuliere dazu. Martin, grüß dich und fair auch, grüß dich. Alles Kopfsache, schreibt Max Fajig King, ja, aber wir Dampfer halten es länger ohne Dampfe aus als die Raucher ohne Pyro. Ich nicht. Also, wie gesagt, da nehmen wir jetzt aus, wir Dampfer halten es länger ohne Dampfe aus als die Raucher ohne Pyro. Also, ich habe es länger geschafft, zwischen den Rauchphasen die Pausen zu verlängern als jetzt hier beim Dampfen. Aber auch, weil ich gar nicht darüber nachdenke, ja. Ein bisschen Ausnahme bei Nikotinsalzen, also deswegen haben wir das auch schon kritisiert, weil man da teilweise so hohe Mengen an Nikotin wieder bekommt, dass es für viele dann doch stressig wird und die sehr stark nach E-Zigaretten schmachten. Also deswegen empfehlen wir halt auch immer, das klassische Nikotin vorzuziehen, wenn es irgendwie geht und wenn man damit klarkommt. und vielleicht auch an der Stelle mal ein kleiner Einschub zu dem ganzen Thema Sucht und Genuss. Also, dass man wirklich mal, ich kann nur dazu ermuntern, mal ehrlich zu reflektieren, wie sehr genieße ich das Dampfen wirklich und wie sehr fühle ich mich irgendwie nur gehetzt und getrieben und will es eigentlich gar nicht, aber ständig denke ich dran und muss wieder rausrennen und so. Dann kann es ja wirklich zur Last werden und das auch ehrlich zu betrachten und dann zu überlegen, okay, was will ich? Will ich wirklich so viel dampfen? Will ich vielleicht doch ein bisschen weniger dampfen oder will ich gar nicht mehr dampfen? Und sich die Frage ehrlich zu stellen und egal, wie du die Frage dann für dich beantwortest, helfen wir dir auch gern hier im Laden dabei, dein Ziel zu erreichen, auch wenn das bedeutet, dass du komplett von allem weg möchtest. Weil, wie gesagt, die machen ja wirklich Beratung, also ist hier glaube ich nicht wirklich nur hier für das Video. Ich glaube, da muss ich mal vorbeischauen. Ich glaube, da muss ich mal hinfahren, einfach so ein Ausflug, muss man genau schauen. Ja, Köln ist ja, da kommt man schon mal vorbei. Ich möchte mal in diesen Laden. So, mal kurz Hallo sagen. Guter Satz, ich dampfe echt gerne, deshalb wäre eine Zigarette eine zu kurze Zeit zum Rauchen. finde ich gut, weil viele Zigaretten waren halt so, keine Ahnung, rund sieben Minuten, ich glaube, das ist irgendwie so, oder? Dann ist wieder fertig und wenn man ja nicht permanent sich jetzt hier irgendwie eine anrauchen sollte, ja, auch nicht, und auch oftmals gar nicht kann, ist natürlich schwieriger. Das schmeckt besser, das ist wie Naschen, sage ich schon immer wieder mal für mich halt auch. Das will ich halt immer wieder schmecken. Hier geht es halt nicht nur um das Gefühl in der Lunge, auch, ja, gebe ich schon zu, das Nikotin brauche ich schon, aber der Körper bräuchte jetzt nicht wahrscheinlich permanent so viel Nikotin, wie er halt dann so bekommt, so immer wiederkehrend, dem würde es vielleicht reichen, einmal die Stunde hier dreimal da dran zu ziehen, aber es ist halt hier der Geschmack und bei der Tabakzigarette war es halt nie wegen dem Geschmack, nie, ja. Ich finde das so eine geniale Erfindung und wir freuen uns halt über jeden, der uns berichtet, wie viel besser es ihm damit geht, aber wir wollen halt auf keinen Fall mit den Liquids oder Produkten generell, die wir verkaufen, dann, dass es jemandem schlechter damit geht und er das als krankhafte Sucht erlebt und deswegen wollen wir halt auch denen dabei helfen, dann ganz weg davon zu gehen oder Nikotin frei erst mal zu dampfen. Man kann das dann ja auch schrittweise, da gibt es verschiedene Taktiken, wie man dann ans Ziel kommt und ja, wie gesagt, nur ein kleiner Einschub, auch dabei wollen wir euch unterstützen. Aber witzigerweise waren das jetzt alles gar nicht die Studien, die mich am meisten von der E-Zigarette überzeugt haben, sondern am meisten überzeugt haben mich eigentlich die Studien der E-Zigaretten Gegner, weil die suchen ja alles, die versuchen ja irgendwas zu finden und wenn man dann schaut, was finden sie denn und was kommt denn da raus, wie viel Substanz hat das denn, was die dann veröffentlichen, dann stellt man halt schnell fest, sogar die, die medial am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben und in der Tagesschau waren zum Beispiel die Studie von Stanton Glanz, der hat bei seiner Befragung dann einfach alle Krankheiten, die Dampfer hatten, der E-Zigarette zugeschrieben, obwohl die 20 Jahre vorher halt geraucht haben. Das heißt, die Leute hatten zum Teil 20 Jahre lang geraucht, dann haben sie Krebs bekommen, sind daraufhin umgestiegen auf die E-Zigarette und jetzt hat er der E-Zigarette die Schuld daran gegeben und lauter sage ich, also sehr offensichtlich bewusste methodische Fehler in seiner Arbeit und trotzdem ist er um die ganze Welt gegangen und die Tagesschau hat noch jahrelang, obwohl sie von anderen Wissenschaftlern auf den offensichtlichen Fehler hingewiesen wurde und obwohl die Studie sogar vom Journal sehr schnell zurückgezogen wurde, die Höchststrafe für einen Wissenschaftler und wirklich sehr peinlich damals für einen Stanton Glanz, aber natürlich einfach notwendig, wenn man irgendwo noch das Gesicht der Wissenschaft wahren möchte und deswegen auf jeden Fall notwendig, die zurückzuziehen bei solchen eklatanten Fehlern, die einfach alles verzerren und verdrehen. Da muss ich halt jetzt sagen, also um das wirklich feststellen zu können, ich glaube, diese Studie ist ja nicht unbekannt, wie kann ich feststellen, welche Schäden jetzt tatsächlich von der E-Zigarette alleine ausgelöst werden? Nach meinem Verständnis, man kann mich da gerne korrigieren mit Fakten, nach meinem Verständnis ist es halt so, dann musst du halt tatsächlich ausschließlich eine riesige Studie über langen Zeitraum machen, und da reden wir wahrscheinlich wirklich von Jahrzehnte, mit ehemaligen Nichtrauchern, die aufs Dampfen umgestiegen sind. Dann kann ich das irgendwie hochrechnen, aber jetzt halt, ich weiß nicht, ob das möglich ist, wissenschaftlich wirklich sattelfest möglich ist, eine Vorerkrankung, so in einer Studie, oder eine mögliche Vorerkrankung, oder eine jetzt ausgebrochene Erkrankung, die aber aufgrund meines Verhaltens in der Vergangenheit herrührt, dass ich das so einberechnen kann in einer Studie, dass das dann noch aussagekräftig genug ist. Fast alle heutigen E-Zigaretten-Nutzer waren Raucher. Ja. Also werden, kann mir auch noch immer drohen, obwohl die Chance halt jetzt immer geringer wird von Jahr zu Jahr, aber wenn man mal schaut, die Erhöhung des Krebsrisikos bei Rauchern hält ja auch noch viele Jahre an, nachdem man aufgehört hat mit dem Rauchen. Ja, weil eben diese Zellveränderung immer noch ursächlich sein kann vom Rauchen. Und das ist halt dann schwierig. Also wenn ich jetzt in zwei Jahren irgendeine Form eines Karzinoms bekommen würde, kann man dann immer die Frage stellen, kommt es vom Dampfen, kommt es vom Rauchen oder wäre es ohnehin gekommen? Aber dieser große Faktor des Rauchens, wie kriege ich den aus so einer Studie raus? Wenn da wer Antworten hat, bitte gerne mir zusenden, würde mich sehr interessieren. Ich glaube aber, dass es gar nicht wirklich möglich sein kann. Und trotzdem meinen die Studien, dass die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben und mir aber deswegen sehr viel Mut machen, weil ich mir denke, na gut, die versuchen ja schon alles, aber sie kriegen es einfach nicht hin, wirklich was zu finden, was wirklich Substanz hat und überzeugend ist als Argumentation gegen die E-Zigarette. Und wer da Interesse hat, ich habe mich diesem ganzen Thema Fake News über E-Zigaretten auch schon mal sehr ausführlich in einem anderen Video bereits gewidmet. Also gerne mal reinschauen, da ist man dann halt auch in Diskussionen mit Freunden, Familien, Mitgliedern, die sich Sorgen um einen, ist man dann ein bisschen gewappnet. Und auch den Schlagzeilen generell, dass man die so ein bisschen einordnen kann, wenn die wieder Nagetiere bedampft haben oder wenn sie irgendwo wieder Schadstoff-Fuzzi-Mengen gefunden haben, dass man das so ein bisschen einordnen kann und direkt sehen kann, naja, haben die das jetzt verglichen gegenüber Tabakrauch oder haben sie einfach nur so Alarm geschlagen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Fakten, die mich von der E-Zigarette überzeugten, waren erstens, E-Zigaretten enthalten bei ordnungsgemäßen Betrieb kein Ruß, der sich in der Lunge absetzen könnte und weniger als ein Hundertstel der Schadstoffe einer Tabakzigarette. Zellen reagieren auf E-Zigarettendampf um ein Vielfaches besser als auf Rauch, sowohl was Vitalität, Mutagenität und Erbgutveränderungen angeht. Auch Entzündungsreaktionen werden im Vergleich zu Tabakzigaretten nicht ausgelöst. Die Lungenfunktion verbessert sich nach dem Umstieg sowohl bei gesunden als auch bei lungenkranken Menschen signifikant. Auch bei Nichtrauchern, die mit dem Dampfen angefangen haben, konnte nach dreieinhalb Jahren keine Verschlechterung der Lungenfunktion oder der Blutwerte festgestellt werden. E-Zigaretten mit klassischem Nikotin scheinen weniger suchterregend zu sein als eine Tabakzigarette und trotzdem sind sie für die Rauchentwöhnung sehr gut geeignet. Und alle Studien, die das Risiko von Tabakzigaretten mit E-Zigaretten vergleichen, egal ob an Zellen, Tieren, Menschen, was auch immer, alle kommen zum selben Schluss und in der Wissenschaft besteht eine Einigkeit darüber und das ist wissenschaftlicher Konsens. E-Zigaretten sind deutlich weniger schädlich als Tabakzigaretten. Man sagt das nicht gern, weil man die Kinder schützen will, Politiker und Journalisten. Es ist politisch nicht korrekt, irgendwas Gutes über die E-Zigaretten zu sagen, aber es ist wahr, dass sie deutlich weniger schädlich sind. Und das sagt zum Beispiel auch jede Analyse, jede wissenschaftliche Analyse, darunter auch eine der größten, die Meta-Analyse der Public Health England, des britischen Gesundheitsministeriums und die beziffern es auf etwa 95 Prozent weniger schädlich und ein paar Dinge gut, musste trotzdem erwähnt werden, auch wenn ich der andere Meinung bin. Das will ich abschließend nochmal klären. Also wer nicht raucht, der sollte auch nicht mit dem Dampfen anfangen, insbesondere Jugendliche, das ist einfach etwas, es kann eine Sucht daraus entstehen, es kostet Geld, es kostet eventuell Nerven, also überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich tun wollt und ob ihr das dann auch noch mit Nikotinsalzen tun wollt, weil das halte ich für keine kluge Idee. Dampfen soll nicht verherrlicht werden, sondern ehrlich und realistisch betrachtet werden und es soll ehrlich aufgeklärt werden. Wenn ihr euch ernsthaft mit dem Thema noch tiefer beschäftigen wollt, dann empfehle ich nicht die Bild-Zeitung, sondern wirklich wissenschaftliche Lektüre, hier von Professor Mayer, von Professor Stöver zum Beispiel, jedes wissenschaftliche Buch in deutscher Sprache ist wirklich sehr zu empfehlen und in dem Fall haben die beiden Professoren sogar eigene YouTube-Kanäle, die verlinke ich dann auch noch in der Beschreibung, da gibt es auch wirklich schöne Fundstücke noch zu verschiedenen Aspekten des Dampfens. Und die, die uns schon länger kennen, die wissen natürlich, dampfen ist nicht gleich dampfen, dementsprechend, wenn du sicherer unterwegs sein möchtest, empfehle ich auch dringend, die entsprechenden Videos von uns dazu zu schauen, um das Restrisiko beim Dampfen weiter minimieren zu können. In dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal alles Gute, dampf sicher und hoffentlich bis bald. Ciao. Also ich bin ehrlich, bei anderen hätte ich jetzt hier am Schluss schon abgedreht, gesagt so, wir sind durch, aber ja, ich finde wirklich, die haben es verdient, er hat es verdient, auch diese Werbung quasi für die anderen Videos und so weiter. Schaut auf diesen Kanal, schaut auf den Kanal, abonniert ihn, schaut euch die Videos an. wirklich, wirklich empfehlenswert. Also tolle, tolle Geschichte. Faktenbasiert, Quellenhinterlegung, weitere Verlinkungen, was will man mehr? Ja, ich freue mich immer wieder über diese Videos von diesem Libaco-Shop. Ja, wie gesagt, da muss ich mal vorbeischauen, unbedingt. Ja, und das war es aber auch schon wieder für heute. Ich muss nämlich jetzt, ah, Genesis an die Macht. Ja, da bin ich noch immer nicht Profi da drinnen und ich muss es wieder mal korrigieren, sorry dafür, Genesis, nicht Genesis, obwohl es auch bei vielen Shops falsch steht, ist leider so. Ja, hier gibt es Frühstück, es wird Zeit, der Robert braucht ein bisschen was hier im Magen, dass er nicht vom Fleisch fällt, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ja, nächste Woche, ich verspreche mal nichts, ich habe nämlich auf den letzten eh vergessen, den ich versprochen hatte, habe mir gestern die Patricia darauf hingewiesen, wollte ich nicht am Dienstag und ich gestehe, ich habe einfach darauf vergessen. Also, sorry, dafür Zeit hätte ich gehabt. Ja, blöd, vom Rauchen wahrscheinlich. so, also, macht es gut, Ende nächster Woche geht es bei mir wieder in den Urlaub, mal für eineinhalb Wochen, dann ja auch inklusive der Hall of Vap und inklusive der Vap Italy. Danach gibt es auf jeden Fall, also alle, aller spätestens, aber bis dahin wird sich schon noch was ausgehen, am 15. Juni wieder das Magazin und da rede ich eben auch über die beiden Messen, mal schauen, wie die jetzt wirklich waren. Ich hoffe, ich treffe den einen oder anderen zumindest auf der Hall of Vap. Italien ist die Chance wahrscheinlich relativ gering, dass ich da jetzt viele Leute treffe, die ich hier vom Stream oder von den Videos her kenne. Das war es aber jetzt für heute. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.